Ja, hallo und willkommen bei Ewag Tom. Ja, heute geht es mal wieder um das Thema Sattel und wie ihr schon am Titel erkennen konntet. Und ich habe mir zugelegt den Terry Physio Gel Max Sattel. Übrigens, das Video ist nicht als Werbung deklariert, weil ich den Sattel nämlich aus eigener Cash aus der Dash bezahlt habe. Ja, und alles weitere zum Sattel erfahrt ihr nach dem kurzen Intro. Bis gleich! Ja, und da ist das gute Stück, der Terry Physio Gel Max, den ich mir gekauft habe. Ja, wie gesagt, den Terry habe ich hier aus eigener Tasche bezahlt und man kann schon sehen, ich habe ihn schon jetzt über drei Wochen intensiv getestet. Hat auch hinten eine extra Polsterung. Ja, dann hat der Sattel auch hier noch eine kleine Besonderheit und dann kann man zum Beispiel auch hier Satteltaschen befestigen. Es gibt da Satteltaschen, ich blende es euch mal ein, die damit kompatibel sind und die kann man dann hier an dem Terry Sattel auch befestigen. Ja, der Sattel selber ist auch ein Kunststoff-Sattel, reines Gel-Gemisch. Physio Gel Max ist das Modell für Sitzknochen größer 12 cm. Den gibt es auch noch in einer Nummer kleiner, wenn man einen Sitzknochen kleiner 12 cm hat. Weil die Frage ist ja eigentlich zu stellen, ist der sein Geld wert? Also, ich wiege 93 Kilo, mache im Schnitt meine 60 Kilometer Touren. Ich habe keine Schmerzen mit diesem Sattel, das ist mal festzuhalten. Aber er ist nicht so komfortabel wie zum Beispiel dieser P&P-Sattel-Modell Hamburg. Der P&P von Hamburg, der ist deutlich komfortabler. Der Terry, der ist deutlich fester wiederum, verursacht keine Schmerzen, aber ist halt nicht so komfortabel. Und gerade auf längere Touren wünsche ich mir doch schon mehr Komfort, wo dann wieder der P&P besser ist als hier dieser Terry Physio Gel Max Sattel. Und da gibt es ja noch andere Modelle von Terry. Da habe ich auch das hochpreisige Modell für einen Tag ausgesucht, ausgetestet. Und habe es dann aber direkt wieder zurückgebracht, weil dieser Sattel mir deutlich zu hart war. Und dann hat man mir hier diesen Physio Gel Max dann in die Hand gedrückt und sagt, ja, der ist komfortabler. Und ja, das stimmt. Meine Touren kann ich damit machen, habe keine Schmerzen, wie gesagt. Aber trotzdem fehlt mir irgendwo hier einen gewissen Komfort. Also die Dämpfung, die da ist, die Dämpfung hier, die funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da wünsche ich mir einfach mehr Komfort. So, also mein Fazit zum Terry Sattel jetzt nach vier Wochen, sind die 70 Euro hier ihr Geld wert? Ja und nein. Also er verursacht keine Schmerzen, ganz klares Statement von mir. Und ist ein toller Sattel, macht einen schlanken Fuß. Wenn ich was Besseres finde, würde ich den wieder tauschen, sage ich ganz ehrlich. Also jeder von euch muss selber entscheiden. Und daher macht es auch unheimlich viel Sinn, wenn ihr einen Sattel euch anschafft, erstens vermessen, zweitens probefahren. Und zwar nicht nur, ja, 10, 20 Kilometer, eigentlich länger. Klar, im Onlinehandel, da kann man, dann kann man das machen, indem man dann halt einen Sattel kauft, dann für 30 Tage testet und dann wieder zurückschickt. Wenn man beim Fachhändler, so wie ich, hingeht, dann sagt der Fachhändler, nee, 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 maximal drei Tage und dann muss das Ding, muss er sagen, ja oder nein. Müsst ihr euch da auch durchwurscheln und jeder hat ja auch ein anderes Sitzempfinden, davon mal abgesehen. Also ich habe Tage gehabt, da bin ich 60 Kilometer gefahren. Alles war schick, alles war schön. Ich bin Tage gefahren, da habe ich nur nach 25 Kilometern, habe ich schon, ja, nicht Schmerzen, aber ein Unwohlgefühl, Unwohlsein-Gefühl gehabt am Pupülchen. Und habe mir dann auch einen Sattelbezug drauf gemacht. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal einen Sattelbezug mitnehmen muss und den dann nach Bedarf dementsprechend drauf mache, runter mache, hin und her. Sondern ich will einen Sattel haben, der bei egal welcher Situation passt. Ja, kommen wir jetzt mal zum Fazit, zum Terry Physiogel Max Sattel, den ich jetzt hier, wie gesagt, seit über drei Wochen getestet habe. Ja, es ist ein guter Sattel. Meines Erachtens ist der Preis ein wenig zu hoch angesetzt. Der könnte, ja, meines Erachtens 20 Euro weniger und dann wäre es in Ordnung. Da gibt es nur einen halben Daumen von E-Bike Tom, sage ich euch ganz ehrlich. Kann ich empfehlen, ja, aber wie gesagt, das kommt da immer drauf an. Also ganz rund mit dem Sattel bin ich bisher noch nicht geworden. Das ist meine Meinung und die darf ich hier vertreten. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao. Ciao.